In diesem Video schauen wir uns Bitcoin an, denn Bitcoin fängt jetzt seit hier oben wieder langsam anzufallen. Die Frage ist jetzt natürlich, werden wir jetzt hier eine stärkere Korrektur im Markt sehen und eventuell das letzte Low brechen und damit in einen Abwärtstrend umdrehen? Oder können wir jetzt vielleicht hier damit rechnen, dass wir an dieser Stelle einen Bounce nach oben hinkriegen und unseren gesamten Aufwärtstrend weiterhin fortsetzen und vielleicht sogar in den nächsten Tagen das Level von 50.000 Dollar knacken? Genau das werde ich euch in diesem Video erklären. Außerdem würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr in meine kostenlose Telegram-Gruppe kommt, wo ich euch regelmäßige Marktupdates gebe. Der Link dazu ist im angehefteten Kommentar, könnt ihr einfach draufklicken, dort könnt ihr dann in die Telegram-Gruppe reinkommen. Wie gesagt, ist kostenlos, mittlerweile über 11.700 Leute hier in dieser Telegram-Gruppe drin. Außerdem natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr hier unter dieses Video gehen würdet, einfach den Daumen nach oben drückt, würde mich wie gesagt sehr unterstützen. Natürlich würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr hier auf meine Webseite gehen würdet, krypto-deutschland.de. Den Link dazu findet ihr hier in der Videobeschreibung, ist direkt auch der erste Link, also klickt dort einfach drauf. Dort könnt ihr euch nämlich für mein Krypto- und Trading-Coaching bewerben, lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, an dieser Stelle starten wir uns mal direkt mit dem Content. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto-Deutschland. In diesem Video schauen wir uns Bitcoin an und ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal an hier im 4-Stunden-Chart, beziehungsweise ich bin dann gerade im 2-Stunden-Chart, wir gehen jetzt hier mal in den 4-Stunden-Chart und schauen uns erstmal an, was jetzt bisher passiert ist, weil das war ja ein bisschen komisch, aufgrund dessen, dass wir hier einen Rising-Wedge hatten und eine Korrektur sowieso überfällig war. Warum die überfällig war, werde ich euch jetzt gleich erklären. Wir sind jetzt hier ausgebrochen nach unten hin, sind dann aber wieder gebalanced, weil wir einen Falling-Wedge geformt haben. Das ist natürlich dann auch hier blau markiert. Jetzt ist die Frage oder das Spannende ist jetzt natürlich, was bildet sich hier an dieser Stelle für ein Pattern, denn hier bildet sich ein Pattern, was ich natürlich auch traden werde, beziehungsweise was ich aktuell schon trade. Und wenn wir einfach nochmal ein bisschen rauszummen hier im 4-Stunden-Chart, sehen wir, wir sind jetzt hier von einem Level von ca. 28.000 Dollar auf ein Level von ca. 49.800 Dollar, also sagen wir mal 50.000 Dollar, also 20.000 Dollar gestiegen, ohne nennenswerte große Korrektur. Natürlich haben wir hier einen kleinen Abverkauf von 42 runter auf 37 gesehen, aber im Vergleich zu dieser gesamten Steigung, die wir hier hatten, ist diese Korrektur nichts. Und wie ihr wisst, ein Markt braucht immer Korrekturen, um auch weiter steigen zu können. Beispielsweise, wir gehen hier hoch, sehen eine Korrektur, gehen hoch eine Korrektur und so weiter. So setzt sich halt der Markt zusammen. Das heißt, ohne große Korrektur werden wir hier auch nicht viel weiter steigen können. Und das ist jetzt natürlich hier der Punkt oder jetzt natürlich auch die Frage, werden wir jetzt hier oben an dieser Stelle eine etwas größere Korrektur nach hier unten sehen, eventuell unsere gelbe Supportbox retesten und von dort aus wieder steigen. Was natürlich dann, wenn wir dieses Szenario einfach mal betrachten, auch nicht verkehrt wäre. Wenn wir einfach mal die Lows uns jetzt hier angucken und dann auch die Highs uns angucken, dann sehen wir natürlich auch, wir wären hier immer noch, selbst wenn das passiert, in einem klaren Aufwärtstrend. Und das wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, auch eine Korrektur, auch wenn sie größer ausfällt, auch wenn wir bis runter auf 40.000 Dollar runter korrigieren, solange wir nicht unter ein Level von 37.500 Dollar kommen, wäre jede Korrektur hier auf jeden Fall sehr gesund für den Markt, solange wir nicht dasselbe von 37.500 Dollar nach unten hinbrechen, wären wir klar in einem Aufwärtstrend. Da gibt es keine Diskussion, wir befinden uns klar in einem Aufwärtstrend. Das heißt, eine Korrektur, die wie folgt aussehen könnte, ich zeichne es einfach mal ein, das ist natürlich auch spekulativ, die wäre auf jeden Fall gesund und wir bräuchten auch langsam eine Korrektur. Und warum wir jetzt eine Korrektur brauchen, werde ich euch auch erklären. Und so seht ihr natürlich, könnte ein Aufwärtstrend sich jetzt hier in der Art zusammensetzen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal hier den RSI anschauen, dafür gehe ich auch am besten mal in den Daily Chart, da sehen wir natürlich auch im RSI, sind wir ganz klar überkauft. Und immer wenn wir im RSI auf so einem hohen Level sind, müssen wir mit einer Korrektur rechnen. Eine Korrektur im RSI brauchen wir natürlich, um danach weiterhin steigen zu können. Und eine Korrektur im RSI kriegen wir natürlich nur, wenn wir auch hier im Markt korrigieren. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall im Markt eine stärkere Korrektur, um den RSI einfach wieder ein bisschen runter zu kriegen, dass wir auch nachhaltig weiterhin steigen können. Weil das bedeutet jetzt im Umkehrschluss für uns, je höher wir jetzt steigen werden, also jetzt in der jetzigen Situation, es kann natürlich passieren, dass wir jetzt hier weiter hochgehen werden, aber je höher wir steigen werden, desto stärker wird am Ende die Korrektur ausfallen. Und ich hoffe halt im Endeffekt, dass wir einfach jetzt hier runter korrigieren, nochmal die Box testen und dann weiter steigen, da wir dann im RSI ziemlich low sind und viel Space nach oben hin haben, um dann unseren krassen Aufwärtstrend weiterhin fortzusetzen. Jetzt wird es aber spannend, wenn wir in den 1-Stunden-Chart gehen, um den aktuellen Timeframe zu analysieren. Da müssen wir uns eine ein bisschen andere Ansicht machen, hier mal ein bisschen ranzoomen. Und dort erkennt vielleicht der ein oder andere schon, was sich jetzt hier für ein Pattern bildet. Und zwar ganz klar, hier bildet sich ein Head & Shoulders Pattern. Ich werde euch auch mal einzeichnen, wie dieses Pattern jetzt hier aussieht mit dem Head & Shoulders Tool, hier auf Trading View. Und ja, genau, hier sehen wir eindeutig ein Head & Shoulders Pattern. Ich werde euch natürlich auch das Preis hier zeigen, das ziehen wir natürlich vom Kopf bis zur Neckline hier runter und setzen das dann an den Punkt des Breakouts. Und da sehen wir natürlich auch, wenn ich jetzt hier nochmal die Breakout-Linie, beziehungsweise die Neckline einzeichne, wir sind hier mit einigem an Volumen mit einer sehr starken roten Kerze nach unten hin ausgebrochen und sind teilweise schon bis auf ein Level von 48.000 Dollar glatt runter korrigiert. Aber das Preisziel liegt hier bei ca. bei 47.500 Dollar. Und die Sache, die jetzt auf jeden Fall passieren kann, ist, dass wir jetzt hier weiter rüberrollen, unser Preisziel erreichen, nach oben hin korrigieren, eine Art Rising Wedge formen und weiter nach unten hin ausbrechen. Das ist auch das, worauf ich ehrlich gesagt hoffe, da wir jetzt auf jeden Fall eine Korrektur brauchen, weil wie gesagt, je länger wir jetzt hier keine größere Korrektur sehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir eine sehr, sehr starke Korrektur und eine sehr schnelle Korrektur mit der Zeit erleben werden. Deshalb hoffe ich jetzt persönlich, dass wir zumindest mal auf ein Level hier von 42.000 Dollar runter crashen werden. Das wäre natürlich auch noch nicht schlimm, wird natürlich hier den 1-Stunden, 4-Stunden, den Aufwärtstrend hier natürlich ungültig machen, durchbrechen. Wäre aber auch nicht allzu schlimm und ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass wir jetzt hier diese Korrektur sehen. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr gesund für den Markt, wenn wir hier eine Korrektur sehen. Wie gesagt, im 1-Stunden-Chart sieht der RSI, so recht mich erinnern, kann jetzt nicht so schlimm aussehen. Wir sind hier relativ weit unten, aber sobald wir auch wieder hier in den 4-Stunden-Chart gehen, sehen wir hier auch auf dem Level hier oben von 70, sind wir auch wieder runtergedroppt und es wäre einfach gut, wenn wir hier noch ein gutes Stück runtergehen, dass wir auch wieder natürlich Platz haben, hier nach oben hin zu steigen, weil insgesamt auf dem Daily-Timeframe, wie wir das auch sehen, habe ich euch ja doch schon den RSI gezeigt, aber auf dem Daily-Timeframe sind wir natürlich in einem Aufwärtstrend und den sollten wir weiterhin fortsetzen, aber den würden wir auch fortsetzen, wenn wir jetzt hier nochmal runter korrigieren und danach erst nach oben hin steigen werden, weil das Preisziel ist ja nach wie vor hier oben das All-Time-High von 65.000 Dollar, das sollten wir auf jeden Fall erreichen, aber um dieses Preisziel zu erreichen, brauchen wir auf jeden Fall eine Korrektur, auch Korrekturen, auch Crashes, wie das die meisten Leute nennen, sind sehr gesund für den Markt, das heißt, ich hoffe auf jeden Fall jetzt darauf, es sieht auch sehr danach aus, als würden wir jetzt den Anfang einer Korrektur hier sehen, wenn dieses Head & Shoulders natürlich jetzt hier bestätigt ausbricht, das wird in meinen Augen auch passieren, da würde ich die Wahrscheinlichkeit auf 80% schätzen, aber es gibt natürlich dann auch noch 20% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so passiert, das heißt an der Stelle natürlich keine Garantie dafür, aber es sieht aktuell nach einer Korrektur aus, weil wir hier ein klares, bearishes Pattern haben, Head & Shoulders Pattern sind somit die bearishsten Patterns, die wir haben können, ist ein bearishes Reversal Pattern, das heißt, hier kann es sein, dass wir an dieser Stelle den Trend jetzt erstmal auf dem 4 Stunden Chart in den nächsten Tagen nach unten hin umwenden, dass wir jetzt in einen Abwärtstrend übergehen, was natürlich sehr, sehr gut für den Markt wäre. Das war es doch soweit von diesem Video, wie gesagt, wenn ihr auch lernen wollt, wie man Kurse analysiert und profitabel tradet, geht auf meine Website, ist der erste Link in der Videobeschreibung, im angepinnten Kommentar findet ihr den Link zu meiner Telegram-Gruppe, ist kostenlos, könnt ihr auch gerne da joinen und natürlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr bei diesem Video den Daumen nach oben drückt und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dann und ciao.